Das ist jetzt Hamburg. DJ7KW ruft mal. DJ7KW. Allgemeiner Anruf hier über Hamburg. Am 14.06.2021 DJ7KW. DJ7KW ruft mal. Ja, kurze Frage. Ist das das Relais in Hamburg? Ja, würde ich sagen. Also, ich bin ja sehr gestaut, aber es sind die Bereicheweiten. Es sieht nach Blankenhäden aus. Ja, Rufzeichen ist Delta Joliet 7KW. DJ7KW. Vorname ist Raphael. QTH ist hier Brilon im Hochsauerland, ungefähr 270 Kilometer entfernt vom Relais. Ja, wir haben ja schon Kontakten. Hier ist der Holger. Ach, Holger. Alles klar. Ja, super. Das freut mich sehr. Nee, das klappt ja super. Ich dachte hier, kurz bevor ich ins Bett gehe oder zu Bett gehe, probiere ich nochmal Hamburg aus. Ich höre es den ganzen Tag. Ich muss die Antenne schon teilweise wegdrehen. Ah ja, alles klar. Ja, super. Ja, hat mich jetzt sehr gefreut, dass du dich nochmal gemeldet hast. Und ich probiere es immer ganz gerne aus. Also Hamburg höre ich jeden Tag zu verschiedenen Zeiten in unterschiedlichen Feldstärken. Und ja, das ist also jetzt nichts Besonderes. Aber ich komme nicht immer rüber. Das ist das Komische an der Geschichte. Ich höre es immer sehr gut, aber auch nicht durchgehend. Aber komme meistens selber nicht gut rüber. Raphael, das kann damit zusammenhängen, dass die drei verschiedene Aktenstandorte haben und einen Hochsauer verwendet. Ja, der Winter steht, glaube ich, nur an einer Stelle. Kannst du aber auf der Webseite nachlesen, wie am Rotaktiv oder so. Kannst du das hören, über welchen Gehtuch einkommst du? Ah, alles klar. Okay. Ja, ich filme das auch gerade hier, weil mich das wieder sehr freut, dass ich das jetzt hier höre. Und ja, das kann natürlich sein, dass ich dann, genau, dass es daran liegt, dass wieder mehrere Antennen arbeiten. Jetzt geht's runter. Können die mir vorstellen. Aber das sind die angehobene Bedingungen. Und natürlich kann ich normalerweise von der Fähigkeit über Abbruch arbeiten. Ja, okay. Ich höre es hier so S2, S3. Das ist eigentlich das übliche Signal. Meistens komme ich bei dieser Feldstärke nicht rüber. Also ich höre das meistens mit dieser Feldstärke, kommen aber da nicht rüber, von der Leistung her. Okay, Holger, ich tue mich raus. Ich wollte es nochmal kurz ausprobieren. Ich sage 73. Gute Nacht und auf ein baldiges Wiederhören. Delta Juliet 7 Kilo Whisky. Vorname Raphael. Gute Haar hier. Brilon im Hochsauerland. Alles klar, Holger. 73. Gute Nacht. Okay,, witiated Geschäft. Vielen Dank.